Die Hauptbestandteile eines Aktivitätsdiagramms sind die Aktivitäten und Aktionen, also jene Schritte, die im Rahmen eines Ablaufs durchgeführt werden müssen. Diese repräsentieren die Knoten im Graph des Aktivitätsdiagramms. Natürlich müssen wir auch noch die Übergänge zwischen diesen Knoten festlegen. Schauen wir uns das gemeinsam an. Ein Aktivitätsdiagramm beschreibt den Ablauf innerhalb einer Aktivität. Der Ablauf wird mit einem gerichteten Graphen beschrieben. Das bedeutet, eine Aktivität ist ein gerichteter Graph. Sehen wir uns die Notation an. Das heißt, eine Aktivität selbst wird als Rechteck mit abgerundeten Kanten dargestellt und in diesem Rechteck befindet sich ein gerichteter Graph, der den Ablauf festlegt. Die Knoten in diesem Graphen sind Aktionen bzw. Objekte. Statt Aktionen kann ich auch Aktivitäten verwenden, die dann selbst wieder durch einen gerichteten Graphen spezifiziert werden. Das heißt, das Konzept der Aktivitätsdiagramme kann ich geschachtelt anwenden. Die Kanten in diesem Graphen stellen Kontroll- und Datenflüsse dar. Und diese Kontroll- und Datenflüsse legen letztendlich den potenziellen Ablauf in der Aktivität fest. Was ich mit dem Ablauf beschreiben möchte, kann sehr unterschiedlich sein, wie wir vorher gehört haben. Es kann sich um den Ablauf innerhalb einer Operation handeln, den Standardablauf eines Anwendungsfalls oder ganz autonom einen Geschäftsprozess. Optional kann ich bei einer Aktivität auch noch Parameter angeben. Diese notiere ich mit Pins an den Ecken der Aktivität. Manche dieser Parameter, Pins, führen in die Aktivität, dann sind es Eingabe-Parameter und manche Pins sozusagen führen aus der Aktivität hinaus, dann sind es Ausgabe-Parameter. Zusätzlich kann ich noch Vor- und Nachbedingungen für Aktivitäten angeben, das heißt Bedingungen, die zu Beginn bzw. bei Beendigung der Aktivität gelten müssen. Wir halten fest, Aktionen sind die elementaren Bausteine von Aktivitätsdiagrammen. Elementar auch in dem Sinne, dass sie keine weiteren Subgraphen haben. In diesem Sinne sind sie auch atomar. Atomar heißt aber trotzdem, dass sie abgebrochen werden können. Grundsätzlich sind Aktionen sprachunabhängig. Wenn ich aber möchte, kann ich eine Definition in einer bestimmten Programmiersprache vornehmen. Aktionen sind wie kleine Systeme, das heißt sie verwandeln Input in Output oder Eingabewerte in Ausgabewerte. Grundsätzlich gibt es in der UML vordefiniert 44 verschiedene Aktionsarten und für die gibt es jeweils eine eigene Notationsform. Wir werden hier in diesem Kurs nicht alle 44 verschiedene Aktionsarten kennenlernen. Wir lernen aber die wesentlichsten Aktionsarten kennen, mit der ich Aktivitätsdiagramme modellieren kann. Grundsätzlich können wir diese verschiedenen Aktionsarten auch noch weiter kategorisieren. So gibt es einmal kommunikationsbezogene Aktionen, das wären Signale oder Ereignisse. Dann gibt es objektbezogene Aktionen, die dienen mir dazu, Objekte zu erzeugen bzw. zu löschen. Wir haben Strukturmerkmals- bzw. variablenbezogene Aktionen, somit kann ich Werte von Variablen setzen oder löschen. Und dann gibt es auch noch linkbezogene Aktionen, die dienen zum Erzeugen und Löschen von Links zwischen Objekten bzw. zur Navigation. Wir kommen zu den Kanten in unserem Aktivitätsdiagramm. Da es sich beim Aktivitätsdiagramm um einen gerichteten Graphen handelt, sind die Kanten Pfeile. Die Kanten verbinden jetzt die Knoten und legen damit mögliche Abläufe in der Aktivität fest. Man unterscheidet zwei wesentliche Arten von Kanten, nämlich Kontrollflusskanten und Objektflusskanten. Kontrollflusskanten verbinden zwei Aktionen und legen somit eine Kontrollabhängigkeit zwischen den beiden Aktionen fest, nämlich hier, dass Aktion 1 vor Aktion 2 ausgeführt werden muss und Aktion 2 vor Aktion 3. Das entspricht dem Kontrollfluss. Beim Zustandsdiagramm war es immer so, dass ein Event den Übergang ausgelöst hat. Im Aktivitätsdiagramm ist es auf jeden Fall so, dass die Beendigung der Aktion den Fluss, die Transition zur nächsten Aktion auslöst. Zusätzlich haben wir Objektflusskanten. Bei Objektflusskanten werden Daten von einer Aktion an die andere Aktion übergeben. Sie drücken damit eine gewisse Datenabhängigkeit von einem Vorgängerknoten zu einem Nachfolgerknoten aus. Beim Objektfluss gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Notationen. Ich drücke den Objektfluss entweder durch ein eigenes Objekt aus. Das heißt, hier übergibt die Aktion 3 das Objekt X an die Aktion 5. Hier haben wir zwei Objektflusskanten. Oder ich verwende Parameter, die haben wir vorher schon kennengelernt. Das heißt, ich setze einen Pin für einen Ausgabeparameter an die Aktion 3 und einen Pin als Eingabeparameter für die Aktion 4 und verbinde diese beiden Pins mit einem Objektfluss. Und so habe ich ebenfalls diese Übergabe eines Objektes modelliert. Zusätzlich kann an den Kanten, egal ob es ein Kontrollfluss oder ein Objektfluss ist, noch eine Überwachungsbedingung angegeben werden. Das heißt, hier erfolgt der Übergang nur wenn die Überwachungsbedingung erfüllt ist. Nur dann wird ein Token weitergegeben werden. Somit haben wir die wesentlichsten Bausteine zur Beschreibung des Ablaufes einer Aktivität bereits kennengelernt. Aber was wir noch nicht wissen, ist wie man sie startet und beendet. Das kommt im nächsten Video.